Vom Schöpfer von Feivel, der Mauswanderer, kommen jetzt die Föhrlinge. Sie sind gewitzt und immer fröhlich. Zum allerletzten Mal. Sie haben eine Menge Unsinn im Kopf. Föhrlinge! Ihre Freundin Michelle braucht einen magischen Zaubertrank. Ihr habt dafür nur zwei Tage Zeit. Können wir damit was anfangen? Auf ihrer unglaublichen Reise sind sie ganz allein. Die Anführerin ist Abigail. Wir können ganz gut auf uns selbst aufpassen. Edgar ist der Schlaukopf. Ich ertrinke! Steh auf! Und dann ist da noch Russell, der nie genug kriegen kann. Von Abenteuern. Sie sind mutig. Sie haben keine Angst. Aua! Und sie lassen sich von niemandem unterkriegen. Und gemeinsam finden sie den perfekten Plan, um ihr Ziel zu erreichen. Was meinst du denn mit Fliegen? Michelle zielt auf uns. Bist du taub, Willi? Sie flattern wie wild mit ihren Pfötchen und fliegen wie die Vögelchen. Wir zeigen es euch schon. Schmeißt den Motor an, Freunde! Oh! 20th Century Fox präsentiert ein neues spannendes Abenteuer. Fliegt mit und lasst euch verzaubern. Meister Dachs und seine Freunde. Erlebt die große kleine Welt der Vörlinge und ihre liebenswerten Bewohner. Das ist fantastisch! Sie werden unvergesslich bleiben. Das wird ein großes, großes Fest. Meister Dachs und seine Freunde.